Sozusagen aus dem Nichts war im Sommer 2014 im Nahen Osten der sogenannte Islamische Staat, IS, entstanden. Eine schwer bewaffnete und gut ausgerüstete Truppe von radikalen Islamisten wurde zur größten Bedrohung des Weltfriedens erklärt. Seitdem vergeht kein Tag, an dem nicht IS-Terroristen als Gefahr für Europa und den Nahen Osten beschworen werden. Die Bürgerrechte in Europa und den USA werden weiter eingeschränkt. Muslime stehen unter Generalverdacht. Die Lage in Syrien spitzte sich immer weiter zu. Millionen sind im Land auf der Flucht, viele gehen ins Ausland. Neu enthüllte Dokumente zeigen jetzt jedoch, dass Inkompetenz, Zynismus und Machtkalkül dazu geführt haben, dass die Lage im Nahen Osten mit der Gründung des IS noch weiter außer Kontrolle geraten ist. Die US-Bürgerrechtsgruppe Judicial Watch hat jetzt einen teilweise deklassifizierten Bericht des US-Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency, DIA, veröffentlicht. Aus diesem Bericht geht hervor, dass die DIA bereits im Jahre 2012 Hinweise für die Entstehung eines islamischen Staates im Nahen Osten gehabt hatte. Demnach hätten syrische Oppositionsgruppen sich bemüht, einen solchen Staat als wirksamste Waffe gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad aufzubauen. Doch die US-Geheimdienste hätten den Plan nicht verhindert. Im Gegenteil. Das oberste Ziel war im Jahre 2012 der Sturz Assads. Der investigative Journalist Nafis Ahmed, der früher für den Guardian gearbeitet hat, veröffentlichte jetzt eine ernüchternde Analyse der Entwicklung. Er erklärt, dass die westlichen Staaten in Koordination mit den Golfstaaten und der Türkei bewusst gewalttätige islamistische Gruppen finanziert haben, um Assad zu destabilisieren, obwohl sie voraussehen konnten, dass dies zum Entstehen eines islamischen Staates im Irak und in Syrien führen könnte. Doch anstatt die Unterstützung für die Gruppen, deren Nähe zu Al-Qaida den Geheimdiensten selbstverständlich bekannt war, zu stoppen oder noch besser entschieden gegen sie vorzugehen, betrachtete man die Entwicklung als positiv. Nafis Ahmed schreibt, Aus dem kürzlich deklassifizierten US-Dokument geht hervor, dass das Pentagon den Aufstieg des islamischen Staates als direkte Folge dieser Strategie vorhergesehen hat. Doch das Pentagon beschrieb diese Möglichkeit als strategische Chance, um das syrische Regime zu destabilisieren. Die Strategie folgte den Überlegungen der RAND Corporation, die schon vor Jahren empfohlen hatte, man möge die unterschiedlichsten Glaubensrichtungen der Muslime gegeneinander aufhetzen und ausspielen. Wenn sich Schiiten und Sunniten gegenseitig bekämpfen, gebe dies der US-Regierung die Möglichkeit, ihren Einfluss in der Region zu vergrößern. Die Strategie ist als Teile und Herrsche seit langem bekannt. Nafis Ahmed, ein angesehener Journalist, der zur Untermaurung seiner Analyse mit zahlreichen Fachleuten aus dem Militär und aus den Geheimdiensten gesprochen hat, spricht in diesem Zusammenhang von Heuchelei, wenn der Westen nun einen globalen Kampf gegen den islamischen Staat führe. Er verweist auch auf die geostrategische Bedeutung des Konflikts, den er als einen Stellvertreterkrieg beschreibt. Die Vorläufer des IS hätten vom Westen Geld und Waffen erhalten, weil, wie es in dem Dokument steht, der Westen die Golfstaaten und die Türkei die syrische Opposition unterstützen, während Russland, China und der Iran auf der Seite der Assad-Regierung stünden. Aus dem Geheimdienstpapier geht hervor, dass alle anderen Geheimdienste der USA über die Vorgänge ebenso im Bild waren, wie das Verteidigungsministerium, das Außenministerium und die westlichen Verbündeten. Ob Deutschland ebenfalls von den Plänen der Islamisten in Kenntnis gesetzt wurde, geht aus dem Papier nicht hervor, ist aber wegen der Breite der Koalition gegen den IS anzunehmen. Nafis Ahmed zieht folgende Schlussfolgerungen. Der Aufstieg des islamischen Staates hat dazu geführt, dass es neue Maßnahmen zum Kampf gegen den Terrorismus gibt, wie etwa die Massenüberwachung und die Orwellsche Pflicht der Bürger, sich gegenseitig zu bespitzeln. Pläne, die die Regierungen diesseits und jenseits des Atlantiks in die Lage versetzen, Medien zu zensieren und gezielt unverhältnismäßig gegen Aktivisten, Journalisten und ethnische Minderheiten vorzugehen, vor allem gegen Muslime. Doch der neue Bericht des Pentagons enthüllt, dass anders als von den Regierungen des Westens behauptet, die Ursache für die Bedrohung herrührt von der eigenen, zutiefst fehlgeleiteten Politik, weil sie heimlich den islamistischen Terror unterstützt hat, um dubiose geopolitische Zwecke zu verfolgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017